Hallo! Ich habe mich gerade an der Nase gekratzt und wollte das dann so kurz tuschen. Eise kalt ist es draußen. Nur zur Information. Aber eise kalt ist mir egal, weil ich hier leckere Warnung habe. Ja, also wollen wir mal gucken, nachdem sie die Sprachen abgehaspelt haben. Nach Merjam kamen Dichter, wie wir uns bereits nannten, jedes Jahr zum Fest der heiligen Agathe, das dort feierlich begangen wird. Wir hielten uns jedes Mal drei Tage auf, ganz nach Art der Zigeuner. Die jungfräuliche Agathe war Sizilianerin. Man hatte sie zur Märtyrerin gemacht, indem man ihr die Brüste abschnitt. Man erzählt sich sogar, dass es in Aal im Schatz der heiligen Trophim noch heute ein Onyx-Gefäß gebe, das der Überlieferung zufolge die Brüste der jungen Gottseligen enthalten haben soll. Doch wie kam es, dass man gerade in Aal und Merjam eine so hohe Verehrung für diese katanische Heilige hegte? Ein Edelmann aus Merjam, der in Aal geboren war, soll der geschichtegemäß der einzige Franzose gewesen sein, der bei den Sizilianischen Vesper wegen seiner Tugend und Redlichkeit verschont wurde. Kann es nicht sein, dass er und seine Nachkommen uns den Kultus dieser katanischen Heiligen übermittelt haben? Jedenfalls wird die heilige Agathe in Sizilien gegen das Feuer des Ätna angerufen und bei uns in Merjam gegen Blitz und Feuersgefahr. In den Augen der jungen Mädchen von Merjam ist es eine große Ehre, vor der Vermählung drei Jahre lang Priorinnen, also gewissermaßen Priesterinnen des Altars der heiligen Agathe zu sein. Am Vorabend des Festes finden sich die jungen Paare und die ganze Jugend mit ihren Musikern vor der Kirche ein und bringen der heiligen Agathe ein Ständchen. Auch wir schlossen uns den jungen Leuten an, um hinter dem Spielleuten her, beim Licht der umherirrenden Stocklaternen und beim Knattern der Schwärmer, Frösche und Raketen der Schutzheiligen von Merjam unsere Huldigung darzubringen. Was ist angesichts solcher Ehre der weltliche Ruhm der Dichter, Künstler, Gelehrten und Krieger, die nur von ganz wenigen gekannt und bewundert werden? Selbst Victor Hugo, der niemals so verehrt werden wie der geringste Kalenderheilige, sei es auch nur Saint-Jean, der seit sieben Jahrhunderten alljährlich tausende von Getreuen in seinen abgelegenen Tal zusammenströben sieht. Als daher irgendein Schmeichler bei Tische die Frage gestellt hatte, gibt es auf dieser Welt einen Ruhm, der dem des Dichters überlegen ist, erwiderte der Verfasser Kontemplations, ja, den eines Heiligen. Am Agatentage gingen wir auf den Ball, um Freund Mathieu mit meinem schönen Cousinen Gangro, Viet und Lali tanzen zu sehen. Wir zogen auf den Anger hinaus, um dicht bei der Mühle der Eröffnung der Ringkämpfe beizuwohnen. Unter Trommelklang erging Ruf und wenn die Kämpfe der Männer und Jünglinge entgangen waren, so kreiste der ehemalige Ringer Jesette, der mit der Oberaufsicht betraut war, um die Kämpfer, die sich nackt und mit gestreckten Kniekehlen gegeneinander stemmten, und wiederholte dann und wann in strengem Ton die alte Vorschrift, Fleischwunden beizubringen ist untersagt. O Jesette, wissen Sie noch, wie sie Kekin damals warfen und wie ich Belarbe Darmont zu Fall brachte, erwiderte der alte Athlet, der sich gern in seine einstigen Siege erinnerte. Wissen Sie, wie man mich damals nannte? Den Petit Mayonnaise. Mayonnaise, ja. Oder auch schlankweg den Biegsamen. Keiner hat sich je rühmen dürfen, mich besiegt zu haben, und dabei musste ich auch mit dem berühmten Messonnier aus Avignon kämpfen, einem wahren Herkules, der alle Welt zu Fall brachte, und mit Rabassant und mit Crestabt, aber wir konnten einander nichts anhaben. In Saint-Rémy pflegten wir bei Romanies Eltern Jean-Denis und Pierrette abzusteigen, einem braven Gärtnerpaar, das vom Ertrag eines Gartens am Portal du Troux lebte. Wir speisten dort im Freien, im lichten Schatten einer Weinlaube von gemalten Tellern, die uns zu Ehren herausgeholt wurden, und mit zinnernden Löffeln und eisernen Gabeln und Zine und Antoinette die beiden zwanzigjährigen brünetten Schwestern unseres Freundes legten uns lächelnd von dem Lampenfrikassé vor, das sie soeben zubereitet hatten. Er war ein ganzer Mann, dieser alte Jean-Denis Romanies Vater. Als Soldat des Bonaparte, wie er den Kaiser verächtlich zu nennen pflegte, hatte er die Schlacht von Waterloo mitgemacht, und er erzählte mit Vorliebe, dass er sich dabei das Kreuz verdient hätte. Aber über die Niederlage geriet das alles in Vergessenheit, sagte er. Und als sein Sohn McMahon die Dekoration erhielt, beglückte Jean-Denis sich mit der stolzen Bemerkung, der Vater hatte das Kreuz verdient, und der Junge hat's bekommen. In Avignon verkehrten wir in dem Hause Obernels in der Saint-Marc-Straße, die heute den Namen des berühmten Philippe schrägt. Es war ein Palast mit Türmen, ein alter Kardinalpalast, den man unterdessen abgebrochen hat, um eine neue Straße durchzuführen. Betrat man die Vorhalle, so gewahrte man eine Schraubendruckerpresse in Gestalt einer Weinpresse, die seit 200 Jahren dazu diente, die Gemeinde und Schulbrüche des Comptats zu drucken. Dort ließen wir uns nieder, ein wenig eingeschüchtert durch den Kirchenduft, der in den Mauern steckte, und noch mehr durch Jean-Ton, die alte Köchin, die immer aussah, als ob sie knurrte. Da sind sie schon wieder. Doch die Gutmütigkeit des Péro Banel, amtlichen Druckers seiner Heiligkeit des Papstes und der Frohsinn seines Onkels, des Domherrn, verfehlte, nie unsere Verlegenheit zu verscheuchen. Und wenn wir miteinander anschließen, dann war der Augenblick gekommen, dass der geistliche Herr zu erzählen begann. In einer Nacht, so sprach er, wurde ich gerufen, um einer Unglücklichen die letzte Ölung zu bringen, einem von jenen unseligen Geschöpfen, die in den schlimmen Häusern des Pro de la Madeleine wohnen. Als ich die Sterbende versehen hatte und wir mit dem Messner die Treppe hinunter kamen, standen die Damen in ihren aufgeschnittenen Karnevalslumpen auf den Stufen aufgereiht und grüßten mich mit so zerknirschten Minen und so demütig gesenkten Köpfen, dass man sich versucht fühlte, ihnen ohne Beichte Absolution zu erteilen. Und die liederliche Alte wich nicht von meiner Seite und brachte alle möglichen Vorwände vor, um ihren Lebenswandel zu entschuldigen. Ich eilte die Treppe hinab, ohne ein Wort zu sagen. Als sie mir aber die Tür geöffnet hatte, drehte ich mich um und rief ihr zu. Sie altes, steriles Frauenzimmer. Wenn es keine alten Huren gäbe, würden nicht so viele junge Weiber liederlich werden. Auch bei Brunet und bei Mathieu feierten wir unsere Gelage. Aber die glückseligste Stätte, die prädestinierte Stätte, war in der Folge Foncigunier, ein Landsitz in der Nähe des Dorfes Gardagne, wohin uns die Familie Girard häufig einlud. Da waren die Mutter, eine würdige, liebenswürdige Dame, die älteste, der älteste Sohn Paul, der ein Avignon Notar war und eine wahre Leidenschaft für den heiteren Menesang hatte. Der jüngere Sohn Jules, der von der Erneuerung der Welt durch das Wirken der weißen Büßer träumte, und schließlich zwei reizende, artige junge Damen, Clarisse und Josephine. Foncigunier liegt am Abhang des Plateaux von Camp Cabel und bietet eine wunderschöne Aussicht auf den fernen Ventoux und die nur wenige Meilen entfernte Vacluys Schlucht. Der Besitz heißt nach dem Quell, der am Fuße des Kastells entlang fließt. Eine anmutige Gruppe von Eichen, Akazien und Platanen schützt ihn vom Wind und vor Sonnenhitze. Foncigunier, so sagt Taran, der Philippree von Gardagne, ist heute noch die Stelle, wo die Liebespaare aus dem Dorfe sich am Sonntagabend treffen. Dort finden sie Schatten, Stille, Kühle und Verstecke. Es gibt Fischweier mit efeuumsponnenden Steinbänken, Pfade, die in Schlangenwindungen durch das Dicke hinauf- und hinabsteigen. Es gibt eine schöne Aussicht, es gibt Vogelgesang, Laubgeflüster, Quellengemurmel. Überall kann man sich auf dem Rasen niederlassen und von der Liebe träumen, wenn man allein ist, und lieben, wenn man zu zweien ist. Dorthin kamen wir wie ein Volk Rebhühner, um uns zu ergötzen. Romany, Guirin, Mathieu, Brunet, Taran, Croussillat, ich und andere mehr. Vor allem aber Obanel, der unter dem Zauber von Sanis Augen stand. Sanis aus Avignon, ihr wahrer Name war Jenny Meniré. Die Freundin und Gefährtin des Schlossfräulein, Obanel, hat in einem Livre de l'amour selbst ein Bild von ihr entworfen. Kann man sich als Wiege für einen Traum oder für die Blüte eines Ideals eine günstigere Stätte denken, als diesen still verschwiegenen Liebeshof am schönsten Aussichtspunkt eines Abhanges, in mitten azurblauer ruhiger Weiten, mit seinem Schwarm junger Leute, die alle die Schönheit in drei verschiedenen Formen anbeten, in der Dichtkunst, in der Liebe und in der heimatlichen Provence, die für sie identisch waren, und einigen hübschen, heiteren, jungen Mädchen, die ihnen Gesellschaft leisteten. Jo, dann bis zum nächsten Mal.